Zahlreiche Besucher nutzten am Samstag den Tag der offenen Tür, um sich in der Produktionsstätte Seidewinkel der Lausitzer Werkstätten umzuschauen. Sie nahmen an Werkstattführungen teil und ließen sich die einzelnen Bereiche von der Töpferei bis zur Metallverarbeitung genauestens erklären. Im Außenbereich wurden auf dem Werkstattmarkt viele Produkte aus eigener Produktion angeboten. Hier konnte man Weihnachtsdekorationen kaufen und sich natürlich auch kulinarisch verwöhnen lassen.